Hallo Inka. Hallo Kim. Füll bitte die Farbtanks auf. Farbtanks sind gefüllt. Oh, hallo. Mein Papa macht natürlich immer noch Offset-Druck, Digital-Druck und Lettershop. Nur ich rüste mich schon mal für die Zukunft. Was machst du denn da schon wieder? Ach, davon hast du doch eh keine Ahnung. Wie, keine Ahnung von? Das gibt's ja gar nicht. Dir werde ich helfen. Jetzt geht das schon wieder los. Druckerei Johann. Modernste Technik für Ihre Drucksachen. Ha, wie Kinder. Dann muss ich die Sache übernehmen. Druckerei Johann. Modernste Technik für Ihre Drucksachen.